Na, sieht das für euch appetitlich aus oder eher nach Biomüll? Tatsächlich ist Food Waste ein krasses Problem, denn ein Drittel der Lebensmittel, die für Menschen produziert werden, landen im Müll. Und das finde ich schon eine krasse Zahl, denn eigentlich sollte doch so ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln eine Selbstverständlichkeit sein, oder? Ich muss sagen, wir als Familie haben da auch noch ordentlich Optimierungsbedarf. Deshalb freue ich mich ganz besonders, jetzt etwas darüber zu erfahren, wie ich Lebensmittel retten kann. Denn gemeinsam machen wir Nachhaltigkeit zur normalsten Sache der Welt. Food Waste fällt entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette an. Aber 60 Prozent davon in privaten Haushalten in Deutschland. Das sind pro Kopf 79 Kilo. Ich bin heute bei der Tafel, denn die engagiert sich gegen Lebensmittelverschwendung und unterstützt Menschen in Not. Das muss man sich mal vorstellen. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll. Und das ist ungefähr die Ladung von 275.000 Lastwagen. Ich freue mich jetzt auf den Geschäftsführer Dominik hier von der Tafel Mühlheim. Der wird mich heute mitnehmen und mir zeigen, was so auf mich zukommt. Und ich hoffe, ich kriege das alles ganz gut hin. Kommt mal mit. Hallo Marie, da bist du ja schon. Hallöchen. Hallo, guten Morgen. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Herzlich willkommen bei der Mühlheimer Tafel. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Verrate uns doch erstmal, was macht die Tafel eigentlich so ganz genau? Die Tafel verteilt übrig gebliebene Lebensmittel. Weil bundesweit gibt es 970 Standorte. Du bist hier an dem Mühlheimer Standort. Und gemeinsam mit, ich glaube, 60.000 Helferinnen und Helfern bundesweit werden 265.000 Tonnen Lebensmittel pro Jahr gerettet. Was sind die Aufgaben für mich heute? Die Aufgaben für dich heute sind mit Abholen, Einladen. Du machst bei allem mit. Bei den Ausgaben, bei der Sortierung. Wir haben ein schlaffes Zeitprogramm. Um 11 Uhr geht die Ausgabe los. Viele Menschen haben sich angekündigt. Ich würde sagen, bringen wir die Kisten ins Auto. Und dann fahren wir los zur Abholung. Perfekt. Ich packe hier gleich mal mit an. Gerne. Was glaubst du, wird so die größte Herausforderung für mich heute? Ich glaube, bei der Ausgabe, wenn die ganzen Menschen vor dir stehen, könnte ich mir vorstellen, dass das schon eindrücklich ist. Gerade wenn Familien mit Kindern da sind. Und es wird auch körperlich anstrengend werden. Die Obst- und Gemüsekisten einladen, ausladen, Taschen packen. Also es gibt viel zu tun. Alles klar. Los geht's. Los geht's. Hi, ich bin Marie. Hi, freut mich. Ich fand es super spannend, als es dann losging, direkt zur Aldi Süd. Ich war ja auch noch nie im Backstage-Bereich. Und da mal ein bisschen Einblick zu kriegen, war cool. Wir hatten ja auch keine Ahnung, was wir bekommen, welche Lebensmittel. Das ist doch hier bestimmt unsere Lieferung, oder? Genau, da steht es für uns schon bereit. Wir fangen jetzt an, ein bisschen umzupacken. Gibt es denn bestimmte Lebensmittel, die besonders viel gespendet werden? Ja, also man muss sagen, Milchprodukte und halt Obst und Gemüse. Da gibt es eigentlich eine relativ konstante Versorgung. Es sind immer relativ viele Sachen. Die meisten sollen ja auch immer sehr ansprechend sein. Ach, das sind doch hier krumme Dinger wahrscheinlich, oder? Ja, die haben kleinere Makel, aber das sind ja Sachen, die sind noch wunderbar. Krumme Dinger sind bei Aldi Süd gekennzeichnet. Die haben wir auch manchmal zu Hause. Das sind Lebensmittel, die einen optischen Makel haben, aber ansonsten super sind und vor allem genauso gut schmecken. Und wenn ihr noch mehr zu den krummen Dingern erfahren wollt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Und, bist du zufrieden? Wie ist heute so die Lieferung? Also ich denke, es ist sehr viel schöne Ware dabei. Ich freue mich schon drauf, die Sachen gleich dann zu verteilen. Alles klar. Na dann einladen. Achtet auch mal auf den Sticker 30% günstiger. Das sind Lebensmittel, die nah am Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Mehr Tipps gibt's in der Beschreibung. Okay. Auf geht's. Abfahrt. So, dann bringen wir doch unsere guten Lebensmittel schnell zum Lager. Wir haben heute noch viel zu tun. Ich gebe dir schon mal die Handschuhe sicherheitshalber. Gleich fangen wir an zu sortieren. Und wir müssen ein bisschen Gas geben, um zu gucken, ob wir alles bis 11 Uhr noch hinkriegen. Bukki zuki. Keine Zeit verlieren. Auf geht's. So, hier kommt Nachschub. Nachschub zum Sortieren. Ich fand es besonders toll, heute die Lebensmittel zu sortieren. Da wirklich mit den tollen Menschen hier zusammenzuarbeiten. Da war so richtig geschäftiges Treiben und Lautstärke. Und es musste schnell gehen. Und ich habe gemerkt, ja, wie mir das so richtig Spaß gemacht hat, mich da so einzugliedern in diese Teamarbeit. Aldi Süd hat sich verpflichtet, die Lebensmittelabfälle bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Und das geht ehrlich gesagt nur mit so engagierten Leuten wie mit dir, Dominik. Und wenn ihr euch noch interessiert für die anderen Nachhaltigkeitsziele von Aldi Süd, dann klickt doch jetzt mal in die Videobeschreibung. So, wir haben gut aussortiert. Viel schöne Ware ist übrig geblieben. Jetzt fangen wir an, die Taschen zu verpacken. Dann nimm doch nochmal von den Paprika. Ja, diese Kini kann da auch noch rein. Da haben wir eine richtig schöne, volle Obst- und Gemüsetasche. Genau, jetzt mal einen guten Knoten rein, dass nicht rauskurzelt. Und dann geht's schon weiter zum nächsten. Hast du noch so einen ultimativen Tipp, dass man keine Lebensmittel verschwendet? Also ganz allgemein, denke ich, ist immer gut. Man sollte sich auf seine Sinne verlassen, riechen, schmecken. Man kann sich da ruhig ein bisschen mehr zutrauen, dass man das selber schon einschätzen kann. Also überreifen Bananen mache ich ja immer super gerne Smoothie für meine Kids, weil die sind dann oft auch super süß. Falls ihr noch auf der Suche seid nach guten Tipps, was man mit vermeintlichen Resten so zaubern kann, guckt doch mal auf die Aldi Süd-Website. Und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, okay, wir müssen Gas geben. Gleiches Eröffnung. Die Leute warten. Alle Taschen wollen verteilt werden. Das ist die letzte. Los geht's. So, wir haben fleißig gepackt und vorbereitet. Dann lasst uns schnell zur Ausgabe. Also ich muss sagen, Teilen und Spenden ist ja wohl die perfekte Sache, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Übrigens, Aldi Süd spendet nicht nur hier an die Tafel, sondern auch an Initiativen wie Foodsharing oder andere gemeinnützige Organisationen. Und dann die Ausgabe war natürlich sehr spannend, hier in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die hier die Lebensmittel abholen. Hallo, guten Tag. Hallo. Grüß Sie. Bitte schön. Bitte schön. Hallo. Heute haben wir schöne Ware. Die Freude zu sehen in den Gesichtern, die Dankbarkeit auch. Das merken wir ganz deutlich, trotz der vielen Menschen, die teilweise hier auch lange stehen, dass sie sich knubbelt. Alle sind sehr höflich. Es läuft hier immer friedlich. Der eine hilft dem anderen, man unterstützt sich. Und so macht es dann auch Spaß, hier zu arbeiten. So aktiv zu helfen, das ist wirklich was, was total bereichernd ist und schön ist. Und ich glaube, das werde ich auch ein bisschen probieren, in meinem Alltag ein bisschen mehr zu integrieren. Wusstet ihr übrigens, dass die meiste Lebensmittelverschwendung durch planlose Einkäufe entsteht? Deshalb habe ich auch noch ein paar gute Tipps für euch. Vor dem Einkaufen eine Einkaufsliste schreiben und ganz genau überlegen, was brauche ich. Dann die Vorratsschränke checken, denn oft hat man Sachen schon da und wenn man zu viele Vorräte kauft, dann werden oft die alten nicht mehr aufgebraucht. Drittens, auf keinen Fall hungrig einkaufen gehen. Und viertens, auf genaue Mengen achten, denn Obst und Gemüse gibt es zum Beispiel oft auch als Einzelware. So bleibt nicht so viel übrig. Wenn ihr noch mehr Tipps braucht, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da hat euch Aldi Süd einiges zusammengestellt. Klickt einfach auf den Link. So und jetzt alle einmal Tschüss. Tschüss. Super. Danke euch. Das war super schön. Vielen Dank, dass ich mich machen musste. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Das war wirklich ein toller Tag. Du kannst sehr gerne morgen wiederkommen. Deine Hilfe kommen wir super gebrauchen. Mache ich voll gerne. Macht gut. Danke euch. Tschüss. Wow. Das war wirklich hier ein super spannender Tag bei der Tafel. Ich fasse nochmal zusammen für euch. Lebensmittelverschwendung zu reduzieren ist enorm wichtig. Nicht nur für uns Menschen, sondern vor allem für den Planeten. Und das geht am besten, indem wir bewusst einkaufen, richtig lagern und die Reste verwerten. Alle Tipps und Tricks findet ihr in der Beschreibung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne den Kanal. Und wenn ihr noch Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Danke euch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke euch und bis zum nächsten Mal.